Ich habe Ihnen in der letzten Einheit erzählt, dass es zu dieser Software Kompass sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Die Firma sagt, die Software ist diskriminiert nicht. ProPublica sagt, die Software diskriminiert. Und beide haben für ihre Aussage gute Gründe. Ich wiederhole die nochmal. Also die positive Vorhersagequalität war bei beiden Bevölkerungspopulationen 74%. Und deswegen sagt die Firma, die Software diskriminiert nicht. ProPublica sagt, die Software diskriminiert. Denn die Rate der falsch Positiven ist in der weißen Bevölkerung 10%, bei der schwarzen Bevölkerung 20%. Die Rate der falsch Negativen ist 60% bei der schwarzen Bevölkerung und 72% bei der weißen Bevölkerung. Diese Zahlen sind stark unterschiedlich. Und was ich Ihnen jetzt klar machen möchte, ist, dass es nicht so sein kann, dass man nach allen Kriterien von Fairness fair ist. Also hier nochmal unsere Zahlen. Wir hatten die Anzahl der Straftäter. Die Anzahl der nicht rückfälligen. Die Anzahl der rückfälligen. Diese Zahlen sind vorgegeben. Jetzt, diese Zahlen teilen sich auf in die True Negative. Also, das sind die Personen, die nicht rückfällig werden. Und wo das die Software auch sagt. Die Falschpositiven. Das sind also die, die nicht rückfällig werden. Und wo die Software sagt, die werden rückfällig. Tn plus fp ist die Anzahl y gleich 0. Dann haben wir die Falschnegativen, die also rückfällig werden. Und die Software sagt, nein, die werden nicht rückfällig. Und dann haben wir die richtig Positiven, die True Positive, wo die Software sagt, die werden rückfällig und die werden auch rückfällig. Und fn plus tp ist die Anzahl der Leute, die rückfällig werden. Und die Spaltensummen gibt es auch. Das ist zum einen die Anzahl der Personen, wo die Software sagt, die werden nicht rückfällig. Und zum anderen die Anzahl der Personen, wo die Software sagt, die wird rückfällig. Und die Anzahl der Personen, wo die Software sagt, die wird nicht rückfällig, ist die Summe von tn und fp. Jetzt haben wir einige Größen gehabt. Wir haben die Rate der Falschpositiven gehabt. Das ist einfach der Bruch fp geteilt durch y gleich 0. Die Rate der Falschnegativen, das war fn geteilt durch y gleich 1. Das ist das hier, die Rate der Falschnegativen. Und dann haben wir noch die positive Vorhersagewahrscheinlichkeit gehabt. Die Korrektheit der positiven Vorhersage. Das ist, wir gehen die Spalte an, wo h gleich 1 ist. Also wo die Software sagt, die werden rückfällig. Und wir teilen die True Positive durch die Anzahl h gleich 1. Und was ich Ihnen jetzt als erstes klar machen möchte, diese drei Größen, die wir hier haben, diese drei Größen, die sind nicht unabhängig voneinander. Je zwei bestimmen die dritte. Ich mache Ihnen das jetzt mal klar, dazu lösche ich das nochmal aus hier. Und hören wir an, wir würden die zwei Größen kennen. Also erinnern Sie sich, diese Zahlen hier, die kommen von außen. Nun, wir kennen die Rate der Falschpositiven. Und was ist die Rate der Falschpositiven? fp geteilt durch y gleich 0. Wir kennen die Zahl und wir kennen die Zahl. Also kennen wir fp. Weil wir fp kennen und die Zeilensummen tn plus fp ist die Anzahl y gleich 0, kennen wir tn. Analog für die Falschnegativen kennen wir die Rate und können deswegen fn ausrechnen und deswegen tp. Dann können wir diese Summen ausrechnen. Und damit haben wir alles gegeben. Und dann können wir auch den Bruchteil ausrechnen der richtigen Vorhersagen. Also tp geteilt durch Anzahl h gleich 1. Schauen wir es uns jetzt für die anderen an. Nehmen wir an, wir würden kennen die 2. Also die Rate der Falschpositiven und den Bruchteil der richtigen Vorhersagen. Weil wir die Rate der Falschpositiven kennen, können wir die Zahl ausrechnen, das fp und deswegen das tn. Jetzt können wir das tp ausrechnen. Wie? Ja, dazu schreiben wir uns nochmal hier das tp geteilt durch tp plus fp. Denn die Anzahl h gleich 1 ist tp plus fp. Das fp kennen wir schon. Das ppv nehmen wir an, kennen wir auch. Damit können wir das tp ausrechnen. Wenn wir das tp ausgerechnet haben, können wir das fn ausrechnen und so weiter. Also jetzt habe ich Sie überzeugt, die 3 Größen sind nicht unabhängig voneinander. Je 2 bestimmen die Dritte. Genauer, es gibt sogar eine Formel, wie man aus 2 in die Dritte ausrechnen kann. Nämlich sei p die Rückfallquote. Die ist vorgegeben, das ist die Anzahl der Personen, die rückfällig werden von allen. Das ist also diese Zahl hier geteilt durch diese Zahl. Und dann ist der Zusammenhang, die Falsch-Positivrate ist gleich p durch 1 minus p mal 1 minus ppv durch ppv mal 1 minus fnr. Was das also sagt, wenn die p-Werte, die Rückfallquoten, für die beiden Populationen unterschiedlich sind, und die waren 39% für den weißen Anteil und die waren 51% für den schwarzen Anteil, dann können die anderen 3 Werte nicht sämtlich gleich sein. Also, wenn die Rückfallquoten unterschiedlich sind, dann können die 3 anderen Werten nicht sämtlich gleich sein. Das bedeutet also, man kann nicht gleichzeitig fair sein nach allen 3 Kriterien. Und das bedeutet, beide haben Recht. Nach dem einen Kriterium hat die Firma Recht und nach den anderen beiden Kriterien hat ProPublica Recht. Und das ist unvermeidbar. Man kann nicht gleichzeitig nach allen Kriterien fair sein. Jetzt möchte ich Ihnen die Formel tatsächlich herleiten. Und das ist gar nicht schwer. Also, hier ist nochmal unsere Formel. Hier oben habe ich auch nochmal die Definition unserer verschiedenen Größen hingeschrieben. Der Ausdruck auf der rechten Seite ist das hier. So, das P. Was war das P? Das P war die tatsächliche, der Prozentsatz der Rückfälligen. Also, Anzahl y gleich 1 geteilt durch S. Unten haben wir 1 minus P. Und jetzt überlegen wir das kurz. Wir haben ja, dass S ist Anzahl y gleich 0 plus Anzahl y gleich 1. Wenn wir das durch S teilen, kriegen wir 1 ist Anzahl y gleich 0 durch S plus Anzahl y gleich 1 geteilt durch S. Und das heißt, die Anzahl der y gleich 1 durch S, das haben wir ja P genannt, ja, 1 ist Anzahl y gleich 0 geteilt durch S plus P. Das heißt, die Anzahl der y gleich 0 durch S ist 1 minus P. Also, 1 minus P ist das hier. Dann hatten wir das PPV, das ist TP durch Anzahl der H gleich 1, Anzahl, der wohl die Verhersage 1 ist. Das 1 minus PPV müssen wir uns nur überlegen, woher die Summe kommt. H gleich 1, das ist diese Spaltensumme. Das heißt, 1 minus PPV ist das FB geteilt durch Anzahl der H gleich 1. Und dann haben wir hier noch, hier hinten, 1 minus FnR. Das schreibe ich als 1 minus Fn geteilt durch y gleich 1. Jetzt können wir ein paar Sachen wegkürzen. Dann kommen wir zu dem hier. Und hier hinten überlegen wir uns wieder, dass das das gleiche wie 1 minus FnR, das ist das TP. Bei y gleich 1, das ist Fn plus TP. Das ist TP geteilt durch y gleich 1. Und jetzt kürzt sich wieder alle Mängel weg. Und dann bleibt über FP geteilt durch Anzahl der y gleich 0. Und das hieß FPPR. Also jetzt haben wir diese Formel hergeleitet. Und das Wichtige an dieser Formel ist, wir können, wenn die p-Werte verschieden sind, können die anderen Werte nicht alle gleich sein. Also fassen wir das zusammen. Ob Diskriminierung, Fairness vorliegt, hängt von der Definition ab. Man muss sehr genau sein, wenn man zu algorithmischen Entscheidungsverfahren übergeht, was man meint mit fair. Und auch wichtig, man kann nicht gleichzeitig nach allen Definitionen diskriminierungsfrei sein. hier haben wir gesehen, falls p unterschiedlich für die beiden Populationen, dann die drei anderen Werte nicht sämtlich gleich. also was ich sagen will ist, man muss sehr genau sagen, was man meint mit fair. genauer als wir das normalerweise tun. zu tun.